So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft The Golden Clock. Und ich weiß, dass ich die ersten beiden Türme schon fertig habe. Was habe ich hier? Druckplatten? Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Feuerzeug habe ich hier noch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. Und ich weiß, dass ich hier... Gott, ist das leise. Ach, ich habe den Ton aus. Ach, ich bin ja blöd. So. Deswegen höre ich auch nichts. Der dritte Turm war hier hinten, glaube ich, ne? Äh, ich schaffe es nicht mal zum Turm hinzulaufen. Dritter Turm, genau. So. Und hier fängt auch schon... Das ist total scheiße. Okay, wer denkt sich sowas nur aus? Ja, das funktioniert ja wunderbar. Ach, scheiße. Scheiß doch die Wand an, eh. Hallo, kann ich denn... Achso, ich muss mal folgendes mal machen. Ach, wir sind doch friedlich. Okay. Alter. Ach, das geht... Alter. Das mit dem Server ist auch sehr toll. Okay. Boah. Nee, komm. Ehrlich. Ich mach jetzt mal folgendes. Es gibt ja jetzt hier folgende Möglichkeit. Im LAN öffnen. Cheats erlauben. An. Tut mir leid. So, LAN-Welt starten. Oh, neue Abbefallen-Version. So. Da komm ich niemals rüber. Das tut mir leid. Vor allem lag das auch so, weil das jetzt irgendwie auf dem Server läuft. Lege den Hebel über dir um. Den Hebel. Soll ich... Ach, da kommt man sogar an. Ist ja cool. So. Ach, hier gibt es Checkpoints. Ach, ist ja toll. Ich kann es ja trotzdem mal probieren. Auch ohne fliegen. Ach komm. Ehrlich? Nee. Nee. Geht ja fast gar nicht. Hä? Ach Gott. Nee. Niemals. Und das schafft man noch niemals. Wie soll denn das gehen? Und jetzt muss man darauf und darüber springen? Geht doch gar nicht. Alter. Wie soll denn das bitte gehen? Da. Ach, das geht nicht. Tut mir leid. Also das... Also ich bin nicht der Meinung, dass das wirklich funktioniert. So. Okay, was haben wir denn hier? Äh, was ist das? Ist das irgendein Buchstabe? Irgendwas? Nee. Es hat irgendwas zu sagen. Da oben ist auch noch irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Also ist bestimmt irgendein Rätsel oder ist einfach nur Zufall, wie das angeordnet ist? Boah, nee, oder? Äh, ehrlich? Auf diesen Dingern hier soll ich sch... Alter. Nicht euer Ernst. Ach. Nee, komm. So. Ich möchte endlich diese Adventure-Map hier fertig kriegen. Wann hab ich überhaupt angefangen auch zu nehmen? Okay. Circa 10 nach 4. Das schaff ich doch auch nicht. Also hier sollte ich theoretisch irgendwie rüberspringen. Ach, ihr wollt mich doch alle veräppeln, ey. Das geht doch gar nicht. Hier. Ups. Na nu. Da hin. Ich schaff's ja nicht mehr, wenn ich fliege. Ach, komm. Ehrlich? Wie soll denn das? Die kann man übrigens auch durchfallen. Wie soll denn das gehen? Das ist ja auch genial, wenn man hier... Doch, hier kommt man raus. Okay, ich dachte, dann kommt man gar nicht raus, wenn man durchfällt. Also ich hab's auf jeden Fall geschafft, hier rüber zu kommen, ne? Hatte ich doch, oder? Also das geht bestimmt irgendwie. Aber so nicht. Und so auch nicht. Ich schaff's gar nicht, da drauf zu landen. Boah, dieses Jump in One in Minecraft, nee, das geht gar nicht. Also das ist, es ist einfach unmöglich. Also ich kenn viele gute Spiele, wo Jump in One wirklich richtig toll ist. Und die nicht so lecken. Äh, nee, wo das wirklich richtig toll ist. Aber Minecraft gehört nicht dazu, ja? Also Mario und was weiß ich alles. Gerne, spiel ich gerne. Aber da mach ich auch gerne Jump in One, mach ich alles richtig, natürlich. Oder auch Guild Wars 2, selbst da gibt's Jump in One. Hab ich übrigens auch ein Netzplay von. Könnt ihr euch auch angucken. Oh, muss ich mal wieder schamlos Werbung machen. Ähm, aber Minecraft Jump in One ist sowas von... Boah, pfff. Nee, ach, jetzt schon wieder so ein Ding hier. Boah, wer denkt sich denn das aus? Ehrlich, Leute. Wer tut sich das an? Ach, guck mal, wo kommt man denn hier raus? Ach, okay, hier kommt man irgendwie hoch. War ich hier schon? Hier war ich schon, ne? Das war ja das, genau. Okay, dann geh ich mal auf die andere Seite. Also wirklich, Minecraft Jump in One, ich weiß nicht. Entweder bin ich einfach nur extrem viel doll zu schlecht, oder das ist einfach nur extrem scheiße. In Minecraft, hier kommt man doch gar nicht hoch, ey. Hier, ach, hör doch auf. Hier soll man hoch und dann da rüber. Das geht doch gar nicht, ey. Alter, sobald ich loslaufe, fliegt der da runter. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh, jetzt bin ich geflogen, scheiße. Da. Und wenn ich einfach nur springe, komme ich natürlich nicht vorwärts. Boah, pfff. Hallo, hochkrabbeln, so. Nee, das geht auch nicht. Ach, komm. Ehrlich. Niemals geht das. So, hier drauf landen. Ups, und da. Ach, nee, komm. Jetzt mal im Ernst. Jetzt mal ehrlich. Das krieg ich nicht hin. Das tut mir leid. Ihr könnt mich gerne... Alter, ihr könnt mich gerne, äh, äh, verdammen dafür, dass ich jetzt hier cheater, aber ehrlich, das würde ich niemals hinkriegen. Da sitze ich noch Jahrzehnte dran, bestimmt. Ohne, dass ich schaffe. So, hier soll man wie springen? Okay. Hier soll man hier drauf, wenigstens kann man hier besser laufen. Und dann wahrscheinlich hier drauf. Dann... Alter. Diese... Nee. Ach, das geht doch gar nicht. Ehrlich mal. Der ist so gemein und denkt sich sowas aus. Es war schon schwer, auf den richtigen Blöcken zu landen. Jetzt auf diesen komischen Gittern hier. Waaah, da muss ich hin. Nein. Ach, scheiße, Mann. Hier kann man doch auch nicht springen. Wer denkt sich... Ah. Cool, das geht ja sogar. Oh, das habe ich sogar schon fast unentschieden geschafft, Mensch. So. Okay. Okay, hier ist noch eine Leiter hier drüben. Boah, diese Lags, ey. Das ist echt schlimm. Ich habe einen mega guten PC eigentlich. Mega mäßig, ja. Hihihi. So. Ähm. Aber es geht trotzdem nicht. Alter. Boah. Pff. Nee, wer denkt sich... Wer denkt sich sowas Krankes hier aus? Oh. Mensch, das geht ja sogar einfacher als gedacht. Nee, komm. Alter, was ist denn das mit der FPS heute? Das ist ja echt extrem. Jetzt 60. Jetzt, äh, 20. 60, 70, 60. Na. Mein Gott. Oh, ich bin ja sogar drauf gelandet. Na, sowas. Nee, komm. So. Nein. Ach, wer denkt sich denn so ein Mist hier aus? Man kann doch gar nicht springen. Das ist doch bekloppt. Nee, komm. Schaffe ich nicht. So. Schalter umlegen. Ab durch die Türe. Wo ist die denn überhaupt? Ach, die war ja... Hier muss man ja hoch. Genau. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste diese Tür auf sein. Natürlich nicht. Ich hab doch nur alle Schalter umgelegt. Geht trotzdem nicht. Warum geht denn das nicht? Warte mal. Der Schalter ist umgelegt, ne? Ich hatte doch alle umgelegt, ja. Also alle Schalter. Auch hier hatte ich eigentlich den Schalter umgelegt, ne? Ich hatte doch alle. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist auch. Alter, geh runter. Hier unten ist auch nix. Nee. Jetzt nochmal auf die andere Seite. Mal gucken, ob da noch was ist. Aber hier sollten eigentlich auch alle Schalter umgelegt sein. Warum ist dann die Tür nicht auf? Ist das schon wieder ein Bug? Das kann doch nicht sein. Ich glaub, das ist einfach schon wieder ein Bug. Komm, ich mach mal folgendes. Die Tür sollte eigentlich auf sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten kann mir gerne irgendwer sagen, wie... Achso, hier muss man natürlich irgendwie hoch. Jetzt schiebe ich hier schon die ganze Zeit. Das geht natürlich. Das kann man ja nicht machen. Hier, die Tür ist auch auf. Hä? Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Hier sind Schalter. Was sieht... Alter. Wer denkt sich denn sowas aus? Was? Was? Das macht mir Angst. Was war denn das? Es wäre ja irgendwas in Flammen aufgegangen. Hä? Was ist denn das hier? Wo führt denn die Tür hin, bitte? Hier ist... Hier steht wirklich irgendwas in Flammen. Hä? Und jetzt? Jetzt bin ich überall durch. Hier gibt's aber nicht... Boah, dieses Geräusch ist so nervig. Da kommt man eigentlich nicht hoch. Das heißt... Gut, ich kann jetzt fliegen. Das ist natürlich blöd. Aber eigentlich kommt man da nicht hoch. Und hier brennt gerade was. Ich weiß nicht, ob das brennen soll. Äh, wieso brennt das denn hier? Ist ja witzig. Ne, also das schafft man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, weil hier alles weggebrannt ist. So. Schlau. Diese FPS, ey. Schlau diese Map manchmal. Nach. Ehrlich, das ist... Ihr könnt mich mit diesen Jump-and-Run-Zeugs... Könnt ihr mich echt foltern. So. Ist mein Kryptonit sozusagen. War das das Kryptonit? Kryptonit war doch das, was... Ne, komm. Das schafft man... Schafft man diesen... Kann man diesen Sprung überhaupt schaffen? Ja, kann man. Gut. Hier geht's ja gerade noch. Mit dem Springen. Gut, wenn man... Was so macht. Ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen, ne. Und ich hab auch noch andere Projekte... Alter. Deswegen kann ich nicht... Ah, ich schaff's nicht mal mit Fliegen da drauf zu landen. Ich schaff's nicht mal mit Springen da drauf zu landen. Nee. Ich lande immer daneben. Nein! Ach, komm. Das ist echt fies, so um die Ecke zu springen... Boah. Nee, komm. So. Schaff ich nicht. Nee, ach, komm. Ich probier das nochmal. So. Doch, ich schaff's. Okay. Boah, ey. Hallo? Wo häng ich denn da schon wieder fest? Hier kommt... Ach, da kommt man so scheiße rüber, ey. Weil man kann sich ja nicht ducken und... Ach, dieses ist total bekloppt. Mensch mal, dieses Minecraft-Dings. Scheiße. Hier war ich, ne? Ja. Ach. Eigentlich ist ja die Herausforderung hier, dass man's wieder von vorne machen muss, wenn man sich zu blöd anstellt. Weil ehrlich gesagt... Ach, komm. Scheiße. Jetzt hab ich geschluckauft. Geschluckauft. Was sind das für... Alter. Ich kann nicht mal hier diesen einfachen Sprung, schaff ich nicht mal. Äh, ihr wollt mich doch... Ja, das ist natürlich... Das ist vier weit, das schaff ich nicht... Das sind vier hier. Das ist vier weit, das schaff ich niemals. So weiter geht's. Wie lang das hier ist, sag mal. Das ist ja unglaublich. So. Okay. Ähm... Schalter. Knopf. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Eine Druckplatte. Eine Fackel. Und jetzt? Äh... Dritter Turm. So. Okay, jetzt hab ich den dritten Turm. Und jetzt... Blups. Geh ich mal runter. Weißt du was? Ich mach mal folgendes. Ich hab jetzt den dritten Turm... Ah, geschafft. Äh... Hier geh ich jetzt mal raus. Und dann geh ich ihn mal wieder runter. Boss, das hoch hier. Scheiße ist das hoch. Hier ist übrigens der Riese. Der ist auch riesig. So. Einfach riesig gegen Flecken. So, und wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich jetzt hier weitergehen. Und dann... ... ... ... ...